Wir sind fast zu Hause, Baby! Mein Name ist Anne und ich habe mir eine Giraffe gekauft. Die gehört nur mir. Sie ist superfreundlich. Oh, wow. Sieht euch die Giraffe an. Oh, mein Gott. Wo will er die hinbringen? Oh, mein Leben ist so toll. Ich habe ein wundervolles Leben. Ich habe ein wundervolles Leben. Oh, mein Gott, wie kann es denn nicht? Ja, ich werde ein wundervolles Leben. Ja, ich werde ein wundervolles Leben. Ich werde das nicht nur auf den Schenken. Das ist eine Wundervolle Leben. Das ist eine Wundervolle Leben. Das ist eine Wundervolle Leben. Das war's für heute.